Die Vereinigten Staaten werden ab 2026 mit der Stationierung von Langstreckenraketen in Deutschland beginnen, wie beide Länder während des NATO-Gipfels bekannt gaben. Dieser Schritt wird als bedeutende Maßnahme angesehen, um der wachsenden Bedrohung durch Russland für Europa entgegenzuwirken. Laut der Entscheidung wird Washington die mächtigsten amerikanischen Waffen seit dem Kalten Krieg auf dem europäischen Kontinent stationieren, und dieser Schritt wird als klare Warnung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin betrachtet. In der gemeinsamen Erklärung der USA und Deutschlands heißt es, dass die phasenweise Stationierung eine Vorbereitung auf eine langfristige Stationierung militärischer Fähigkeiten in Europa sei, einschließlich der Raketen SM-6, Tomahawk und der Stationierung von Langstrecken-Hyperschallwaffen. Eine solche Stationierung wäre durch den Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme, der 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion unterzeichnet wurde, verboten gewesen. Dieser Vertrag wurde jedoch 2019 aufgehoben. Wir können die Möglichkeit eines Angriffs auf die Souveränität und territoriale Integrität der Alliierten nicht ausschließen, erklärten die NATO-Verbündeten in einer am Mittwoch, dem 10. Juli veröffentlichten Erklärung.